Er hatte Glück, dass er seinen Job behalten durfte. Dein Vater ist seinem Boss nie entgegengetreten. Es war Zeit, dass jemand rein in den Tisch gemacht hat. In dieser Nacht habe ich zum ersten Mal meinen Vater weinen hören. Und bis zum heutigen Tag sagst du immer noch, wie es ist. Ich will niemals jemanden verwetzen. Das will ich nicht.